Und da, und da, und es wird wieder Tag, deswegen mache ich mal wieder Tag-Playlist dran, mit der Gothic 4 Musik, wo ich mich ja irgendwie auch drauf freue, weil ich habe es seit Ostern 2009, habe ich es glaube ich, oder 2010, ich weiß es nicht mehr, und seitdem warte ich darauf, dieses Gothic 4 zu let's playen. Also ich habe, ich habe das dann angefangen, da habe ich überlegt, okay, falls ich mal irgendwann anfangen sollte zu let's playen, höre ich jetzt mal auf, damit ich das dann spielen kann, quasi blind, und dann habe ich es mir jetzt einfach ins Regal gestellt, weil ich es dann nicht nochmal installieren wollte vorher, weil ich kann es nur dreimal installieren, das ist irgendwie total scheiße geregelt mit diesem Sicherheitsding, dass man das nur dreimal installieren kann, total dumm. Und, ähm, äh, ist aber auch ein, 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 ein gutes Thema, also nicht mit, 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 mit Dingskopie, Tralala-Schutz, sondern, ähm, 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 wenn du ein Spiel, was du noch nicht kennst, also bei mir zum Beispiel gerade Far Cry 3, das spiele ich ja gerade, und das habe ich auch nur am Anfang gespielt und danach nicht mehr, ähm, also spiele ich quasi ab der nächsten Aufnahme ungefähr auch wieder blind. Und, ähm, ähm, das ist dann immer so eine Sache, wenn man dann ein Spiel spielt, was man vorher noch nicht gespielt hat, dann versaut man sich mit dem let's playen eigentlich den kompletten Spielspaß. Ich, ähm, also ich weiß nicht, ob das so richtig ausgedrückt ist, aber, ähm, weil, huch, ähm, man, ähm, spielt das dann anders, wenn man es let's playt. Und, ähm, ja, ich weiß ja nicht, ob man dann auch das genau so empfindet, wie wenn man, ähm, wenn man es, äh, normal spielt, also ohne Aufnahme dabei. Und, ähm, da habe ich dann immer die Sorge, dass, ähm, ja, dass ich dann eigentlich das Spiel umsonst gekauft habe fast, ähm, weil dann ich, ähm, durch das let's playen kenne ich die Story dann schon. Und, ähm, dann, ähm, ja, dann habe ich sie mir quasi schon selbst verraten und, äh, dann ist das so ein bisschen die Luft raus. Also dann, ja, weiß ich nicht. Wie handhabt ihr das denn? Also ich, äh, gehe das jetzt gerade, dieses Risiko, in Anführungszeichen, gehe ich gerade ein bei, äh, bei Far Cry und das werde ich dann auch bei Gothic 3. Das habe ich auch noch nicht durchgespielt, ähm, wenn es dann dazu kommen sollte. Äh, Gothic 2 habe ich auch noch nicht ganz durchgespielt. Also ich war schon an dieser, auf dieser Insel da von dem Drachen, aber ich habe den Drachen noch nicht besiegt. Ähm, so viel zum Thema Spoilen, äh, Spoilern, so. Ähm, was zur Hölle mache ich da? Äh, äh, und, äh, da, äh, 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 was war denn sonst noch? Was habe ich denn sonst noch so? Ach genau, 13, aber das habe ich ja sowieso, äh, gar nicht wirklich richtig gespielt. So, was für ein Wetter. Hm, jetzt ist die Musik auf einmal viel zu leise, Moment. Das dürfte Dynamidion sein, genau. Arcania Gothic 4. So, 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 so. Und ich mache hier wieder fröhlich die Erde weg. Die ganze Erde mache ich weg, ey. Weil wir wollen hier eine Umgebungsstraße bauen, deswegen muss die Erde weg. Ja, das ist ein Insider. So. Das muss noch hier alles weg. So, 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 so. So, 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 so. Ähm, was habe ich denn sonst noch so für Themen? Ich habe gerade eben, bevor ich die Aufnahmen angefangen habe, habe ich Epic Mealtime geguckt. Und ich, äh, habe Hunger bekommen. Das kann ich sagen. Da kriegt man auch, also, wie ist das denn bei euch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn ich Epic Mealtime gucke, dann kriege ich immer sehr großen Hunger. Woran mag das wohl liegen? Ne, auf jeden Fall finde ich das, ähm, natürlich einerseits ist es ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen übertrieben, äh, wie wir mit dem Essen umgehen. Andererseits, ähm, ist das einfach so geil, was die da, was die da produzieren. Für Sachen. Also, ich glaube, ich würde, ich würde den, den, das mit, mit Füßen küssen würde ich den das abessen. Oder so, wie man es auch immer sagen will. Ähm, ne, aber das, also ich finde das teilweise richtig, äh, richtig coole Ideen auch. Gerade zum Beispiel die, ähm, McDonalds, äh, Lasagne, die will ich unbedingt selber mal ausprobieren. Wenn ich Geld dafür hab, für 15 Cheeseburger und 15 Big Macs und 15 irgendwas, was es hier in Deutschland gar nicht gibt. Ähm, falls ich da mal Geld für hab, dann werde ich, ähm, mir das auf jeden Fall mal gönnen. Ich bin grad schon am überlegen, ob ich, ähm, an, äh, ne, ne Beefy, eine Beefy-Roll und Cheeseburger. Ups, Beefy-Roll und Cheeseburger-Lasagne machen soll. Natürlich mit Pferd drin, sonst wäre es ja keine Lasagne, äh, 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 Lasagne. Ähm, ne, aber das, äh, so, so ein paar eigene, ähm, Dinger da quasi machen. Und, äh, dann bin ich natürlich auch am überlegen, ob ich das nicht vielleicht dann auch filmen soll. So total cool. Und dann so Epic Mealtime drunter schreiben und voll, voll Kopierer sein. Rupkopierer, ey. Ups. Und, ähm, ne, also weiß ich nicht. Wenn ich das machen soll, dann schreibt mir das. Ähm, ich werde es auf jeden Fall machen, aber ob ich dann auch aufnehme, das ist dann die Frage. Ob das irgendwie überhaupt einen unterhaltenden Wert hat. Die Frage dann, ne? Ja. So, ich bin mal grad hier die komische Mondlandschaft hier am Ausbessern. Hallo Schweini. Du kannst gleich, gleich kannst du hier von mir gefangen werden. Keine Sorge, dann, äh, dann hast du auch einen warmen Unterschlupf. Dann kriegst du auch einen warmen Kakao gemacht. Und dann wirst du geschlachtet. Das war super. Ein schönes, entspanntes Leben. Biete ich dir hier grad an. So, dann mach ich den hier auch mal gerade weg. Und das auch so. Huch. Das war ja short for reinfallen. Ähm. So, das steht da schon fast perfekt, das Schwein. Da könnte ich nämlich dann hier hinter, könnte ich so ein Hühnergitter machen oder so. Und dann hier vorne so Felder. Oder ich mach, oder ich mach hier die Tiere hin und da die Felder. Das würde auch gehen. Wobei ich ja gerne, ähm, so eine automatische, ne? Ihr wisst schon, so eine automatische Aberntemaschine machen würde. Das wär, glaub ich, ganz cool. Aber diese Aufnahme nicht mehr. Ähm. Sondern später. So, dann tue ich mal gerade hier. So. Huch. Ne, das wollte ich gar nicht. Wird nur so. Ein, ein, ein. Ein, ein. Ein. Hier kann ich ganz zu machen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ups. Ähm. Hier kommt nämlich ein Fenster rein. Zack, dann kann ich den noch hier da vorne beitun. So. Fenster, 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 Fenster. Dafür muss ich erstmal Glaspanels machen. So. Zack. Zwei, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und das kommt natürlich auch hier alles noch hin. So. Ähm. Ne Tür könnte ich gerade noch machen. Mit, äh, Tropenholz. Die wird ja dann nicht dunkler, sondern die wird ja dann genauso wie eine andere Tür. Deswegen kann man da dann auch mal das Tropenholz für nehmen, wenn wir das hier sonst für nichts gebrauchen. So. Und ich muss schon sagen, bisher hat sich das mit diesen Instant Buttons richtig gelohnt. Ich hab die schon richtig intensiv genutzt, ne. Ähm. Das ist ja, äh, total gut. Das ist immer noch mein Lieblings. Ja. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Was können wir denn machen noch? Ich bin wieder kurz davor, die Aufnahme zu beenden. Man merkt es vielleicht schon. Ähm. Weil ich gucken wollte, dass ich die Folge auch noch heute dann rechtzeitig noch rauskriege. Oh, das war ja so sechs, äh, sechs Zäune sind schon hier die Welt, ne. Das muss ich mal sagen. So. Zack. Dann nehm ich die wieder mit. Zehn Zäune sind natürlich auch die Welt. Das ist noch viel mehr die Welt. Ähm. Aber dann kann ich hier schon mal so anfangen, Gitter zu machen, Gitter ganz zu machen und dann Gitter wieder kaputt zu machen. Ne. Ähm. So. Dann kann das hier hinten auch eigentlich so bleiben. Dann könnte ich da höchstens da oben noch einen Zaun machen, dass da nicht noch mehr Tiere reinfallen. Ähm. Äh. 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 So. Dann mach ich einfach. Ups. Hier mal weiter. So. den brauche ich da noch gerade ab und schätze den hier hin. Das geht dann einfach bis da vorne, so ganz einfach, zack. Und ich könnte ja gerade noch eben Tore machen. Tor, der Goner, der Goner, der Goner Gott. So rum. So. Ach, eigentlich kann ich die alle verwurzeln. So, zack. Und daraus kann ich eigentlich auch, zack. Zack. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Zack. Und so. Zack. Und dann wollte ich noch hier gerade im Moment vier Stück brauchen wir, glaube ich, ne? Ähm. So. Ich habe jetzt einfach mal ganz viele gemacht. Können wir hier irgendwas wegtun? Die Truhe vielleicht. Können wir hier die reintun? Die, die. Das können wir alles da reintun. Das hat sich echt gelohnt mit den Setzlingen, muss ich schon sagen. So. Es ruckelt auch gerade wieder ein bisschen strenger wegen dem Regen, denke ich mal. So, dann machen wir die auch fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier kommt dann quasi der Zaun hin. Und hier in die Mitte machen wir dann einen Eingang. So. Mit den Gates. Mit den Bill Gates hier, mit den Zauntoren. So. Und dann kann ich hier auch Fackeln reinsetzen. So. Und... Dann machen wir hier wieder eins, zwei, drei. Vier, fünf. Zack, 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 zack. So. Und... Da auch wieder eins hin. Dann kann ich aber zumindest schon mal die Schweine kann ich dann hier mal schon mal reintun. Es gibt's ja in Schafe, Schweine und Kühe, ne? Genau. Und die Schweine... Ach, ne, die kann ich ja gar nicht da reinlocken. Die reagieren ja jetzt nur noch auf komische Früchte. Und zwar allergisch reagieren die. Ne, aber... Ne, das ist ja blöd jetzt. Da müssen wir jetzt erstmal Dings finden, ne? Karotten und Kartoffeln. Und so weiter. Ich glaub, die Viecher hören eher auf Karotten, ne? Die Schweine. Und... Die Kühe hören, glaub ich, auf Weizen. Noch. Und die Schafe auch noch, glaub ich. So. Dann mach ich das mal grad hier so ein bisschen gerade. So. Und da hinten geht's dann auch gleich weiter. Keine Sorge. Guten Morgen, liebe Sorten. Ich bräuchte noch etwas Erde. Zack. So. Und dann machen wir nochmal eins, zwei und Zauntor. Und... Vier. Und die fünf kommt dann auch noch hier hin. So. Und dann kommt da auch noch einer hin. So. Und da geht's dann quasi rein. Moment. Gut. So. Das kommt auch noch hier weg. Das ist alles auch noch hier weg. Genau. Hier. So. Zack, zack, zack. Ganz schnell geht das. So. Und dann geht hier noch ein Zaun lang. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sie brauchen halt Zählen. Und den Stein machen wir auch immer kurz weg hier. So. Und dann kann man das so machen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Schweine hier rein kriegen. Und die ganzen anderen Tiere. Und da wollte ich grad noch eine Fackel hinsetzen. So. Und hier ans Ende auch noch. Ans Ende aller Tage. So. Da oben ist natürlich auch ein Schwein auf unserem Haus. Das ist sehr gut. Ich für meinen Teil beende jetzt gleich die Aufnahme. Jeden Moment. Wir haben jetzt zwar nicht so viel geschafft. Aber ich wollte die Folge heute noch rauskriegen. Deswegen verschiebe ich das mit dem Schaffen lieber auf nächstes Mal. Und ohne irgendeinen Knopf zu drücken. Ne. Da hab ich jetzt echt keine Lust mehr drauf. Sack ich mal. Sack ich mal ein. So. Und dann kommt natürlich jetzt gerade so eine Musik, wozu man nicht beenden kann. Deswegen halte ich jetzt noch eine dreiminütige Rede über das Bruttosozialprodukt und Deutschland und die Welt und den demografischen Wandel im Verhältnis zum Umkreis von Pi geteilt durch Quadrat. So. Ne. Hier ist unsere Welt. Da wollte ich jetzt fahren Abschied von Abschied nehmen und sag deswegen mal komisch, dass die Fackeln nicht ausgehen bei den Regen. bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahme, bis zur nächsten Folge, wie auch immer. Und schreibt Bewertungen in die Kommentare und was weiß ich alles. Auf Wiedersehen und Tschüss. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Und Tschüss. 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 Tschüss.